Hallo, wir sind Team 2. Unsere Wochenaufgabe habt ihr gerade gesehen. Und wir haben Überreste einer alten Mauer gefunden hier. Die ersten Anzeichen, dass wir richtig sind. Sehr viel ist noch nicht zu sehen. Das schweckt auch auf die Leere, bitte, um mal zu sehen, an welchen Klassen die hier sind. Aber es ist auch, dass 80% oder mehr oder weniger, 90% sogar, 90% überwachsen sind. Also der Überreste sind überwachsen mit irgendwelchen Pflanzen. So, ich verabschiede mich jetzt. Nur wieder schneiden.